Herzlich willkommen zum ganzheitlichen Tierarzt-Podcast. Was passiert hinter den Kulissen? Was bewegt Tierärzte und Tierbesitzer? Und natürlich Real Talk. Hallo, lieber Tierfreund. Ja, ich kann es leider nicht oft genug sagen. Ich muss leider nochmal an das Thema Madenbefall. Ich hatte gestern eine Stammkundin mit ihrem Hund. Ein Retriever. Und ich dachte, ah, der läuft ganz schlecht. Der kriegt aber auch schon seit Längen so eine Arthrose-Therapie. Der läuft ganz schlecht und der kam gestern kaum hoch. Und heute wollte er auch nicht fressen. Ja. Und ich komme in das Zimmer, ins Behandlungszimmer, und denke schon am Geruch, so, oh, 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 oh. Ich habe aber gedacht, nee, den Gedanken verwirfst du mal schnell wieder. Ja, dann habe ich mir den Hund angeguckt. Man hat auch gesehen, er wollte dann aufstehen, an sich reinkam. Und der tat sich da sichtlich schwer mit. Ja, und dann habe ich hinten auf der Kruppe so einen Fleck bemerkt, wo das Fell leicht feucht war, leicht, ja, schmierig, gelblich. Und ich habe geguckt und ich habe noch nichts groß gesehen. Und ich wusste, mein Geruchssinn trügt mich nicht. Ich habe mir dann gleich was zum Reinigen geholt. Ich habe mir eine Schermaschine geholt. Bin da einmal drüber und es war ein riesiges Madennest. Und der Hund wird zweimal am Tag gebürstet, eben weil er viel liegt und so. Und trotzdem, das muss irgendwann nachts oder früh morgen passiert sein, waren noch ein paar Fliegeneinester da, aber es waren halt auch schon ausgewachsene, oder von nahezu ausgewachsene Maden da. Und die Besitzer, die, ja, waren sehr schockiert. Die sagten, wir gucken doch schon mehrfach am Tag den Hund durch. Ich sagte, da braucht ihr keinen Schock haben. Ihr müsst zwei, dreimal am Tag gucken. Das kann jetzt einen halben Tag her sein. Wie älter ist das noch nicht? Nein, das geht rasend schnell. Und die Haut war schon ganz gerötet. Es waren schon so zwei, drei Löcher, wo die Maden sich tiefer gefessen hatten. Die haben also hinten sehr, sehr viel geschoren, haben alle Maden entfernt, haben die Wunde behandelt. Es gab Antibiotikum, Lokalbehandlung. Auch natürlich nochmals über sich ein Schmerzmittel. zur Entzündungshemmung und zur Schmerzländerung. Und man kann es nicht oft genug sagen bei dem Wetter. Wir sehen es in der Küche. Ihr packt ein bisschen Essen aus. Oder ihr habt eine Dose Hund- oder Katzenfutter, die noch nicht ganz leer ist. Oder auch nur der Rest da drin. Und schon legen die Schmeißfliegen ihre Eier da rein. Und es geht wirklich innerhalb weniger Stunden, dass die Maden da rausschlüpfen. Und wenn die in der Dose in so einem Sack rumkrabbeln, ist das schon eklig. Aber wenn die auf unseren Tieren rumkrabbeln, zerfressen sind die wirklich. Das hat mich wieder einmal sehr, sehr schockiert. War wirklich wieder erschreckend. Weil ganz oft ist das schon das Todesanteil für solche Hunde. Und das häufig finden wir eher bei Heimtieren. Aber es kommt Opa, Hund und Katzen vor. Wenn die entsprechend ein bisschen älter sind, wenn die nicht mehr mobil sind. Und einfach die Fliegen denken, oh ja, das Tier wehrt sich nicht mehr. Das ist schon so gut wie tot. Das liegt viel. Das wehrt sich nicht. Und ich finde es bei Hunden und Katzen noch erschreckender als bei Kaninchen, weil man einfach da viel seltener mit rechnet. Wir haben auch diese Fälle sehr viel seltener in der Praxis als bei Heimtieren. Also Hunde kommen vielleicht drei, vier Mal im Jahr vor, während Kaninchen kommen bis zu 30 im Jahr. Aber auch das hat mir gestern wieder gezeigt. Nein, auch bei Hunden und Katzen. Auch wenn wir gesund sind. Also ich habe auch schon Tiere gehabt, auch bei meinem eigenen Kaninchen, dass es kerngesund war und einfach hinten eine leicht feuchte Stelle oder eine entzündete Stelle hatte und schon legen auf Fliegen, wenn es entsprechend riecht, auf Stellen, Eier ab, auch wenn das Tier kerngesund ist. Also wirklich bei diesem Wetter, wo Schmeißfliegen unterwegs sind, solange die in der Küche uns Trouble machen und uns nerven, nerven die auch unsere Haustiere und stellen da eine ständige Gefahr dar. Also darum bitte täglich mehrfach gucken. Diese Fliegennester sind so kleine gelbe Tönnchen, muss man eigentlich fast sagen, so kleine Stäbchen, ganz, ganz winzig, mehrfach und kleben so haufenweise im Fell. Also wenn ihr sowas seht, alles großzügig wegschneiden, guckt auf die Haut und wenn ihr Maden habt, das Problem hatten wir auch letztens bei einem Kaninchen, ja, wir haben ja alle abgesammelt. Nein, das hilft nicht. Die sind so tief und die verkrabbeln sich im Fell und gehen dann wieder an die offene Stelle zurück. Ihr müsst um die offenen Stellen oder die Wunden großflächig scheren, sonst werdet ihr diese Maden einfach nicht los. Da hilft wirklich nur Klotzen, da hilft kein Kleckern und im Zweifelsfall lieber immer zum Tierarzt, weil es wirklich immer ganz katastrophale Ausmaße annimmt und wir auch wirklich Tiere schon an so einem Madenbefall verloren haben, wenn wir sie auch anderweitig wieder hinbekommen hätten. Also darum wirklich mein Appell an dich, guckt bitte mehrfach auf dein Tier am Tag und ich hoffe natürlich, dass ihr gut durch den Sommer kommt, dass ihr den Sommer genießen könnt, aber je mehr auf solche Sachen achtet, je mehr Wissen ihr habt, desto sicherer kommt ihr durch den Sommer. Ich wünsche euch was, passt auf dich und deine Fan-Nase auf und wir sehen uns im nächsten Podcast. Herzlichen Dank, dass du bis jetzt dabei warst. Abonniere gleich den Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Und danke dir für eine positive Bewertung hier bei iTunes. Weitere Infos, Einladungen zu Seminaren, Checklisten und vieles mehr findest du in den Shownotes. Und auf den nächsten Podcast musst du gar nicht lange warten, denn morgen geht es direkt weiter hier mit Henning Wils.